Atletzeit an der Uni Bern heisst für mich vor allem Endspurt. Endspurt im Sinne von das Jahrfertigung machen, Rechnung, Personalangelegenheiten und so vieles mehr. Also es ist eine stressige Zeit, aber so gegen 24 zu suchen werden die Mitarbeitenden immer fröhlicher und es gibt eine gute Stimmung und das entschädigt die Hände auch wieder für das, was man das ganze Jahr leisten müsste. Die Weihnachten selber ist ein vieles Familienfest zu Hause, die man geniesst. Und zwischen Weihnachten und Neujahr kann ich sehr gerne arbeiten, denn dann ist es viel ruhiger. Dann sollte man das alte Jahr noch mal Revue das passieren und das Neujahr zu planen und vielleicht auch so in Spiegelungen noch zu erledigen. Das ist für mich die Weihnachtszeit an der Uni Bern.